Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal nach ein bisschen Pause. Nennen wir es mal Pause. In Wirklichkeit war ich eher ein bisschen krank die letzten Wochen. Ein bisschen sehr krank und ich bin immer noch nicht ganz auf dem Damm, aber ich hoffe, dass sich das bald bessert. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen ein wunderbares Jahr 2018 und hoffe, dass ihr alle weiter vorankonnt mit viel Gesundheit. Ich hoffe für euch alle, dass ihr Silvester ohne den Verlust von irgendwelchen Körperteilen Gliedmaßen feiern konntet und ohne Verletzungen, dass ihr einfach nur Spaß hattet und dass vor allem das Jahr für euch ganz gut wird. Für mich geht es dieses Jahr wieder los. Also ich werde erstmal langsam starten. Es wird erstmal geplant drei Videos die Woche geben. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das sind unter anderem Empire, Starbound und PUBG. Ich werde vermehrt mit Montagen arbeiten und ich werde wieder streamen. Und außerdem möchte ich auch meinen Vlogging-Kanal wiederbeleben. Aber Daily Vlogging ist glaube ich nicht so das, was ich hinbekomme. Ich denke, ich werde da eher versuchen, jetzt spiele ich die ganze Zeit mit der Canon. Die haben hier so einen lustigen... Fokussiert das mal. Hallo. Schließmechanik. Und ich kann nicht aufhören, damit rumzuspielen und deswegen vergesse ich immer, was ich sagen will. Aua. Auf jeden... Ich werde wohl versuchen, also auf dem Vlogging-Kanal, Mikeintosh Filme, wenn ihr den noch nicht kennt, dann abonniert mich da. Und dort werde ich versuchen, über die Woche verteilt immer ein paar Dinge aufzunehmen und dann am Ende der Woche oder zu einem bestimmten Tag in der Woche einen Vlog erst einmal hochzuladen. Und dann so lange, bis ich das anders hinbekomme. Ja, und dann werden wir mal sehen, was uns das alles bringt an sich. Wenn ihr Wünsche habt oder Ideen für 2018, dann schreibt sie mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Und dann kann ich mir die mal angucken und vielleicht was draus machen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Das Jahr 2018 begann quasi heute, in den frühen Morgenstunden. Und ich werde ab morgen beginnen, die Videos hochzuladen, regelmäßig. Drei Videos die Woche erst einmal und werde dann sehen, wie es weitergeht. Ich habe keine Lust, mir selber ganz viel Arbeit zu machen oder zu geben und es dann nicht zu schaffen, diese umzusetzen. Weshalb ich erst mal... ...klein anfange. Ich wünsche euch jetzt allen also noch einen schönen Montag, eine schöne Woche. Das erste Video kommt morgen. Und... ...bleibt gesund oder werdet es. Und ich muss auch mal zusehen, dass ich irgendwie einen Streaming-Plan aufgestellt bekomme. Auch wenn das im Moment alles ziemlich wüst ist, weil ich gerade noch gar nicht sagen kann, wie ich das auf die Kette kriege. Und... ...der übliche Wahnsinn.